Achtung! Vorsicht! Bitte nicht nachmachen! Dies ist eine alternative musikalische, komödiantische, journalistische Unterhaltungssendung. Das verstehen einige Leute nicht. Nachahmeren schweben ständig um großer Gefahr, starker Hetze und ausschweifenden Verläutungen ausgesetzt zu sein. Fakten und Inhalte könnten ungeprüft vertreten werden. Sobald ihr ein einziges kritikfähiges Wort benutzt, könnte beispielsweise unterstellt werden, verrückt zu sein, Frauen wie Objekte zu behandeln, wenn nicht noch schlimmer ist, rechtsradikal oder ein Homostar zu sein. Euer YouTube-Kanal könnte zerschossen und beinahe vollständig zerstört werden. Ihr könntet eure Arbeit oder Studienplatz verlieren, bei euch völlig unbekannten Personen anerkennen und die Polizei könnte geneigt sein, falsch anzeigen und falsche Beweise geben euch mit großer Freude und lächelndem Gesicht anzunehmen. Ihr könntet alles verlieren, was euch gut, teuer und heilig ist. Daher eine offenbar notwendige Warnung an alle, die sich einem Selbstversuch geneigt fühlen und sich an diese Sendung anlehnen wollen. Bitte macht das, was ihr hier hört, bitte nicht nach!